Willkommen zu einer neuen Session Minecraft Wir sind immer noch hier mit unserer Arena beschäftigt Erstmal hier noch ein bisschen auf würde ich sagen Ich sehe den da noch Nein, 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 ihr bleibt hier, ihr bleibt hier. Das Problem ist, dass hier tatsächlich noch zu viel Kram ist. Das Problem ist, dass hier ein Kram ist. So, das kommt weg, das kommt weg. Haben wir noch eine Schippe da? Ja, natürlich nicht. Warum auch? Ich hoffe, dass wir das eventuell in dieser Session hier mal hinkriegen. Ähm, wie komme ich jetzt hier nochmal runter? Da, am besten, hallo? Spiel? Danke. Ähm, ach ja, toll. Da hab ich ja gleich mit dran gedacht, ne? Eigentlich hätte ich noch weiter Glas mit drin klatschen müssen. Aber so wie's aussieht. Sind wir auch dann durch hier, oder? Ich kann ja eigentlich hier dicht machen, ich kann ja hochschwimmen. Da hab ich ja auch noch mal. So, wie es das ist, ist das, was wir hier an? Also, ich kann ja auch mal hier, an, an, an um. Und dann kann ja auch mal hier, an, an um. Ich kann ja auch mal hier, an an. Zum! ich glaube wir werden nicht um hinkommen tatsächlich im tauch noch was abzuarbeiten woanders geplant lässt du mich mal hier also den hole ich mir auch noch das klingt zu nahe ich muss einfach mal gucken ja 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 Ist die ein Spawner oder was? Und die standen ja auch alle hier. Wie können die uns denn... Bitte bis dahin... Oh oh. So fang... Oh oh. So. 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 Das wird der gleiche Zugang sein, den wir schon gefunden hätten. Also brauchen wir hier auch nicht wirklich weiter nachforschen. Zuul. Okay. Das ist mir jetzt so düster. Oh Leute, noch mehr? Okay. 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 So, da haben wir noch ein bisschen Sand. So, da haben wir noch ein bisschen Sand. Puh, räumen wir erst mal auf hier. So, da haben wir noch ein bisschen Sand. 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 So, da haben wir noch.